Die Güstro-Card präsentiert Marktfleischerei Dankert. Frisch zubereitete Speisen, Wurst, Salate und Fleisch. In der Marktfleischerei Dankert ist das Angebot vielfältig. 1992 wurde dieses Geschäft eröffnet und bietet den Kunden die Möglichkeit, am Pferdemarkt 3 und 4 frische Fleisch- und Wurstwaren einzukaufen. Jetzt vor Weihnachten wird hier unter anderem Salami in Tannenbaumform, Weihnachtsleberwurst oder auch Winterbratwurst angeboten. Besonderheiten im Advent eben. Einzelhandelskauffrau Claudia Dankert führt den Laden, in dem fünf Mitarbeiter beschäftigt sind. Zum Team gehört auch Angelika Zinskowski, die in diesem Geschäft einst gelernt hat und seit 1997 wieder hier arbeitet. Alles geht hier Hand in Hand, das Team arbeitet gut zusammen. Das muss in einem Geschäft auch so sein. Claudia Dankert hebt die Besonderheiten ihrer Angebote hervor. Das Besondere sind auf jeden Fall die hausgemachten Produkte, die wir anbieten. Wir haben spezielle Produkte zu Weihnachtszeit, so wie Entenbrust, Gänsebrust, Leberpasteten. Oder wir erfüllen natürlich auch besondere Wünsche der Kunden. Zum Beispiel, wenn sie jetzt Gänse bestellen möchten oder ein komplettes Weihnachtsmenü, was wir auch schon fertig zubereiten. Zu einem Weihnachtsmenü gehört dann eben nicht nur der Braten, sondern auch die Beilagen. Die Marktfleischerei ist aber auch bekannt für ihre Salate, die zum großen Teil selbst hergestellt werden. Einige Jahre gehört die Marktfleischerei zu den Güstrocard-Teilnehmern. Das heißt, hier können Kunden Punkte einlösen, aber auch für ihren Einkauf Punkte sammeln. Für Claudia Dankert eine gute Sache. Also die Güstrocard wird sehr gut angenommen. Wir haben zwar auch eine eigene Kundenkarte, aber die Güstrocard wird sehr, sehr oft benutzt bei uns. Warum? Weil wir eigentlich den Kunden damit auch entgegenkommen wollen. Also viele Kunden haben vorher schon, wie wir sie nicht hatten, die Güstrocard sehr oft danach gefragt. Und damit wollen wir den Kunden eigentlich auch was Gutes tun, dass wir da eigentlich mit teilnehmen. Der Bereich des Partyservice hat in den vergangenen Jahren sehr zugenommen. Die Mitarbeiter bieten hier alles, was das Herz begehrt. Vom belegten Brötchen bis hin zum überbackenden Hähnchen. Für ihre Kunden sind die Mitarbeiter von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr da und sonnabends von 8 bis 12 Uhr.